Zum portablen LCD-Tablet Sintiq 13 HD gehört einiges an Zubehör. Ein Spezialkabel, ein Netzteil, ein anpassbarer Standfuß und natürlich ein Stift samt Schatulle und Halter. Das Spezialkabel verbindet das Sintiq per USB und HDMI mit dem Computer und versorgt es mit Strom. Der Ständer sieht drei feste Neigungswinkel vor. Die fünf Tasten an der linken Seite sind frei belegbar. Der Stift wird mit einer Schatulle für den Transport ausgeliefert, in der auch neun Ersatzspitzen klemmen. Ein Werkzeug zum Austausch der Spitzen liegt ebenfalls bei.